Eine sehr schöne Hüse aus Italien, diese Hüse ist auch sehr schick gearbeitet, hier sind die Spitzen, ja, wie du siehst hier, da sind also, ich glaube die Spitzen ist auch etwas antagiert, die Hüse, ich bitte auch eine von Größe 36 bis Größe 46 geht die, ein Stehkram, so ein bisschen angedeutet, so eine richtig schön sportlich kann man die Hüse tragen. Was ich auch ganz interessant finde, ist zum Beispiel der Ärmelabschnitt, der ist so trompetenförmig gearbeitet, also das heißt, es ist jetzt mal so ein bisschen anders, genau, so typisch italienisch, das habe ich in der Richtung, was auch diese, diese Stoffe sind aus pflanzlichen Faserungen, so wie man hier nochmal sieht, diese Färbung mit pflanzlichen Naturstoffen ist auch per Hand eingefärbt und auch ausgewaschen, also es gibt so regelrecht den Charakter dieses Teil, na, also jedes Teil sieht immer etwas anders aus, also wenn ich auch so hübsch finde, die Bluse kann man auch mal als Jacke tragen, na, wenn man es nicht nur als Bluse tragen, dann macht sie dann einfach mal Top oder was drunter und dann lässt man die Bluse einfach offen, ne, das ist schön. Ja, das Teil kommt noch in 50 Euro, weil es auch so hochwertig ist, weil es auch sehr viel auf und hinter steckt, minus die 20% sind und ist noch eine Naturfaser. Ja, hier haben wir auch nochmal von dieser Blusenserie, von diesen pflanzlichen Färbungen, der Aushärbungen, also hier ist nochmal diese Bluse, finde ich auch so hübsch, ist ganz zart rosa gereipend, hier vorne nochmal in der Spitze gearbeitet, so ein bisschen batik, batist, ist diese Bluse gearbeitet, dann an die Seite, drei Viertelarmen, auch nochmal sehr hochwertig, an den Armen, im Rückenteil, ja, also hier im Rückenteil finde ich auch ganz hübsch, nochmal mit irgendeiner Spitze, hier unten etwas Stoff wieder, also ein leichtes Schiffernstoff, ne, so, ein bisschen mehr Schiffern auch an den Seiten, also wie gesagt, die sind richtig schön aufwendig, ist das, ist die Bluse gearbeitet, auch hier oben nochmal mit diesen Sticker rein, also sieht richtig super schön aus, drei Viertelarmen, für 59 Euro, in Naturfarben kann man es und kommt aus Italien, also ist ein Blusenserie, tolle Fasern von Größe 36 bis 46, wie die Huse, passt so viel, sieht immer schick aus, und kann es auch auf Zürich getragen, das ist immer sehr vielseitig, auch gut zu tragen, wie gesagt. Ja, das ist auch nochmal, die Bluse aus Italien, mit der pflanzlichen Perrungen, ja, die ist also pflanzlich ausfaschen, aus pflanzlichen Perrungen, diese Bluse hat einen Dreiviertelarm, wie man es so sieht, kann die auch lang tragen, hier vorne auch wieder mit feiner Spitze, die Bluse wieder diesen italienischen Flair, insbesondere auch mit den ruhigen, auch mit den ruhigen, auch mit den ruhigen Arten, also ganz gut erkannt, ja, die Bluse ist auch, wie gesagt, nochmal tailliert, wir haben jetzt halt ein ganz kleines bisschen Code angedeutet, ja, die Bluse von 59 Euro, minus die 20 Prozent, gehen die auch nochmal runter, sind ja circa die 40 Euro, ist dann der Endpreis, ist aber auch so, die hochwertig und sehr angenehm zu tragen, auch hier vorne noch mit den Musterung an den Schulterblatt, na, und dann geht sie nochmal runter, na, also die Bruse hat sich wirklich immer etwas einfallen lassen, ja, der macht so ein bisschen Besonderheiten, macht der dabei, ne, das ist nicht so die alltägliche Bluse, ne, richtig, die täglich, und das sind 59 Euro, die kommt aus Italien, minus 20 Prozent, ja, hier habe ich auch nochmal eine Longen Bluse, die kommt aus Paris, ist auch sehr hochwertige Qualität, mit Transdolp Viskose, hier ist sie auch nochmal gespielt mit diesen Aufdrucken, mit diesen übern Aufdrucken, hier dann verläuft das sich auch ein bisschen ganz dezent, machen wir so runter, ja, ja, richtig, genau, genau, da sind wir auch so verspäte Sachen drauf, diese Bluse kann man auch 3,5 Euro an tragen, wie man sieht, die ist noch in der Regel, wenn die Bluse ist, gibt es momentan reduziert, das ist die letzte Bluse, die kommt von 59 Euro, ist ja auf 39 Euro reduziert worden, ja, also ist ein toller Hingucker, das ist eine Einheitsgröße, diese Bluse, aber sie geht gut, bis Größe 44 kann man die gut tragen, ja, die kann man zu jedem Gelegenheiten tragen, finde ich, also einfach schick, von 39 Euro, da ging aber keine 20% runter, weil die schon von 39 Euro reduziert ist, richtig, das ist mal eine schöne Kette hier, ja, die geht in die Kette, aber man schwebt dann mal drauf. Was hast du? Schick, ja, schick, ne? Ja, das ist auch eine schöne schicke, schöne schicke, das ist auch eine schicke, bis große Bluse, oje, perfekt, ja, und hier oben, mit diesen schicke Steinchen, also hier oben nochmal verziert mit den schönen Steinchen, mit diesen Straßsteinchen, der ist Viskose, also eine Longbluse, sehr hübsch gearbeitet, für 29,90 Euro, minus 20% dann 23,50 Euro kann man eine super schicke Bluse erhalten, die ist eine, wie gesagt, eine Longbluse, man kann die jetzt lang tragen, wie sie eben so ist, ja, oder man schick einen Rettkopf hat, ich gucke das ein bisschen an, und dann kann man automatisch eine plästige, kurze Bluse, ja, im Rücken fällt die auch ganz klar, also es, auch mit der sportlichen Tasche nochmal dazu, einfach dazu, ganz schöne Bluse, 3 Viertelarmes, die gibt es auch wieder, ja, von hier nochmal sehen, richtig, mit 3 Viertelarmes, ganz schön weich, sehr hartfreundlich, die Bluse für 29,90 Euro, minus 20%, diese hat eine Einheitsgröße, also mit Viskose 44,00 Euro, ja, hier habt ihr nochmal eine Bluse, aus Baumwolle, eine sportliche Bluse, in Größe 36, mit einem Einzelstück, und diese Bluse ist für 10 Euro zu errschen, ja, die ist jetzt reduziert, von 49 Euro auf 10 Euro, weil es ein Einzelstück ist, ja, hier sieht man auch nochmal den Umschlagraum, Umschlagärmel, Kram, Ärmel, Ärmel, ja, auch so eine gute Arbeit, kann man den nochmal hier festmachen, also das gibt es auch richtig sportlichen Charakter, bei der Bluse, also 10 Euro, habt ihr dabei, Größe S, gut, so, auch hier haben wir eine schöne Jeansbluse, richtig schön sportlich, die ist die Größe 34 bis 36, ja, und jetzt hören wir den Preis, 10 Euro bist du dabei, schön, heute arbeitet man hier so ein bisschen andauerhaft, den Arm umschlagen, ein bisschen sportlicher, man kann auch als Jacke anziehen, ja, kann man auch als Jacke anziehen, kann man beides mitmachen, man kann eine Bluse oder Jacke anziehen, wie du gerne magst, ne, und das passt auf Peter Schiesel, auch mal so eine sportliche Weiße, auch hier ist nochmal eine Bluse, im Angebot zu 10 Euro, die hat es auch, die Größe 34, an der Seite, wie man sieht, sie hat immer so kleine Schlitzchen, damit es noch besser fällt, die haben drei Viertel Ärmel, die kannst du auch mal tragen, als Bluse oder als Jacke offen, alles sehr vielseitig dann zu tragen, und das für 10 Euro, ist gut. Dann hier ist auch nochmal eine leichte Discosebluse, die ist auch selblich gearbeitet, auch hier unten, wenn du mal siehst, mit den Spitzen, das ist auch dehnbar, ja, das ist halt, man kann das immer so hoch tragen, man kann das dann ein bisschen runter schocken lassen, eine schicke, elegante Bluse, auch nochmal mit Panetten, in den Farben Apricot, also, richtig schön gearbeitet, auch hier mit den Musterhonen, also, es ist eine Top-Gelose, ja, richtig schön frisch, und du siehst immer Top mit Arme an, die Bluse hat einen Kostenpunkt von 10 Euro, weil die im Angebot ist, das ist die Größe 36 bis 38 Euro, die kannst du aber auch natürlich auch wieder als Jacke tragen, weil die, so die Kleider zu halten, ja, dann hast du ein T-Shirt drunter, dann weißt das vielleicht, ja, toll für der T-Shirt, immer auch gelösen lassen, schön, ja, wir haben auch eine sportliche Blusenjacke, auch hier mit den hohen Taschen, ja, auch nochmal seitliche Taschen, man sagt, das ist sportlich toll bearbeitet, das ist auch eine Baumwolle Mischung, diese Bluse hat die Größe 36 bis 38, ja, die kommt 10 Euro, ist wieder im Angebot, in den Farben Pinks und Touch & Pink Peters rein, sieht super aus, schon sportlich, für alle Tage, überhaupt nicht hinzutragen, einfach, das ist eine Bluse, die sollte man schon mal haben, ne, finde ich. zum rüberziehen, richtig, als Jacke, gerade jetzt in der Sommerzeit, nur zu rüber schmeißen, auf den Marken, das wird 10 Euro. Ja, hier haben wir auch eine gute Markenware, von Etienne, die Bluse, die hat auch irgendwie die Hosen, habe ich auch sehr viel mit seiner Kollektion, weil seine Kollektion ist einmalig von der Qualität her, diese Bluse ist etwas antagliert, hat auch diesen angedolten Altplatz-Ausschnitt, was auch sehr schick ist an der Bluse, man kann die auch mal so tragen, ja, man kann sie nicht so einschlagen, wenn das sie so richtig fest macht, dann hält das auch, ne, die Bluse ist, wie gesagt, talliert, die kommt 29 Euro, ist eine Fiskose, ist aber auch mit der Stan, die sieht das wirklich schön nach, die ist wirklich hautfeindlich, ausgefallen, gearbeitet, mit diesem Atlas-Ausschnitt, aber richtig eine super Bluse, für gewisse Gelegenheiten auch so, zum Tragen, für Anzüge, unter dem Laser macht die sich ganz gut, die Größe? die Größe geht von Größe 36, bis Größe 54, für die Größen, aber sind nicht mehr sehr viele da, muss ich auch dazu sagen, also ganz schnell, muss man ja kommen, sich die Bluse zerhaschen, ich weiß, weg ist es weg, das sind limitierte Sachen, die gibt es dann nicht mehr, limitierte Sachen, für 29 Euro, dann gibt es die nicht mehr, und erst noch minus 20 Prozent, die Größen. Cool.